Es sieht jetzt aus, Leute. Ist es die Titan? Oh, die finde ich hübsch. Die nehmen wir. Oh Gott. Welche Farbe bin ich überhaupt? Du solltest, glaube ich, grün sein. Ich habe nur Scheißpositionen. Ja, guck mich mal an. Ich bin zweimal direkt am Wasser. Wer ist grün? Von euch? Ich. Du kommst auch nicht mehr so leicht raus, ne? Ich glaube, ich habe jetzt schon verkackt. So, guck, grün ist doch mal hart am Arsch. Ich weiß nicht. Mach Teleportation. Guck. Nein! Hä? Was war das denn, Leute? War das so eine Wilhelm-Tel-Sache, Giz? Oder was ging da ab? Also, Giz, das war ein starker Zug von dir, auf jeden Fall. Du bist immer so bei Wurms. Die letzte Zeit war es auch so. Immer der erste Zug. Ich schieße dich. Ja. Ja. Die erste Zugang war noch leer. In the beginning, there were worms. Wir haben alles auf Wund. Da eine Robe-Kanone. Ah, die ist noch nicht da. Ja, ich weiß. Ich meine ja nur. Pass auf die Mähne auf, ne? Sch. Alter, Power. Das geht nicht gut. Das habe ich dir. Äh, ich bitte. Das wird witzig. Wenn man sich mal umsprießen. Das ist ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen mehr. Aber ich habe es am Körper geschafft. Das war... Das gefällt mir, Leute. Weiter so. Ich bin zufrieden. Das ist auch. Ich kann mich auch nicht beschwören. Ausgeglichene KD. Ich komme klar. ja. Na, holt sie die Kiste oder holt sie nicht die Kiste? Hm? DO IT! Nein! JUST NO FUN DO IT! NEIN! Ich würde mal... was versuchen. Oh Gott. Oh Gott. Hä? Ah, die fetzt nicht weg. Nein! Schade. Echt? Was ist die Bunkerbombe? Ja, genau. Ja, die find ich irgendwie auch... Geht so. Egal, ich hab noch alle Worms. Joa, warte mal ich jetzt hier unten. Chillen, grillen. Ich mein, da kann dich keiner treffen. Ganz ehrlich. Das stimmt, ja. Ist doch hübsch. Oh Mann. Alles klar. Nein. Unter dir ist auch einer gewesen. Ja, aber das ist ein Easy-Kill. Oh. Ich hab Bock auf Armageddon. Oh Gott. Armageddon ist einfach so geil. Hab ich noch nicht freigeschaltet. Ich auch. Ich finde ich hab's hier ganz hübsch. Mit der Kiste? Ernsthaft? Die Kiste ist doch geil. Das... Wahrscheinlich ist hier nur richtiger Crap drin oder so. Du kannst dich doch mit dem Presslufthammer einbubbeln. Das ist eigentlich ne ganz geile Idee. Oh, ich dachte das geht jetzt ins Wasser. Hatte ich noch. Okay. Okay. Wir kommen hier. Wir werden uns nicht starten. Die Semina ist kacke da oben. Kannst was in ein ganzes Loch schmeißen. Ja, warte. Ich probier mal was. Ja, das klappt nicht. Weißt du das? Wofür ist der Magnet eigentlich? Der kann entweder Sachen anstoßen oder abstoßen. Ja. Oh. Ja, 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 ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Ich glaub's ja nicht. Nice, Alter. Ein sehr starker Zug. Ein sehr starker Zug. Wieses Ding. Das war mehr als krass. Das wäre der Zug des Tages, sag ich schonmal. Danke. Welcome to the cheese house. Hm. Ich würde dir jetzt empfehlen keine Mine hinzulegen. Ich würde dir jetzt empfehlen... Ah, was hab ich denn schönes hier? Also Metallsachen schliegen jetzt weg, ne? Dynamite. Dynamite. Gehen doch nur. Dynamite geht. Das lauft. Schmerz. Schmerz. Boah, Alter. Was? Warum hat das so viel Schaden gemacht? Weil der Magnet noch explizit ist. Oh, geil. Verdient. So. Oh, easy kills da unten. Ja, ja schon. Scheiße. Aber das ist... Hä? Was war das denn? Was war das denn? Der Brenner war das, oder? Ja. Deswegen ist er von der Ausbildung nicht besorgen. Okay. Okay. Es war nicht eine Gefahr. Es war nur eine Ordnung. Du hast viele Optionen. Aber such dir Predator 1 aus. Aber such dir Predator 1 aus. Wieso kann ich das nicht... What the... Du hast doch eine Kante. Jetzt zieh dich. Ja. Und jetzt zieh dich in die Mine rein. Oh, fuck. Oh, fuck. Dein Fall hat es... Wurz'n Zünder. Das ist random. Ah, kacke. Find ich aber auch so lustig. Ja. Ist es. Aber ich dachte nicht, dass sie so sofort losgeht. Es geht noch schlimmer. Die hat ja noch einmal gepiepst. Sperr. Wartest du was brennen? Einfach ausprobieren. Warte, du kannst dich nicht mehr rauskommen. Lungen. Lungen. Oh, fuh, 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 fuh. Oh, fuh, 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 fuh. Oh, fuh, fuh, fuh. Oh, lull. Du musst doch mal einen töten. Hä? Na, wie ungerecht ist das denn? Haha. Unfair. Ach ja. Na, scheiße. Oh, das ist gar nicht so. Oh, oh. Das wird gefährlich. Ich wette, ich hau mich damit selbst weg. Hoffen wir's. Würde ich auch mal drauf tippen. NEIN! Was? Ich bin wohl nur ein bisschen verschätzt. Knapp. Hast du recht. Easy kills haben sie unten. Aber noch vier Schaden an Gary gemacht. Oh Gott. Hm. Was hat er vor? Sieh'n nicht gut aus. Gar nicht gut. Machen wir Angst. Hä? Was hab ich dir denn getan? Aber gute Aktion. Verstehst du den Weg? Ist das eine Mine? Das ist eine Mine, das ist korrekt. Aber ich steu' schon noch ein Leben. Knapp. Hä? Perfekt. Dann kriegst du noch drei Hunderter, möchte ich kurz anmerken. Das müssen wir ändern. Nein, wissen wir nicht. Nein. Das sind scheiß. Ich bin auf deiner Seite. Oh, das war auch knapp. Ich wünsch' ich hätte die Mäde getroffen. Das wär' so schön gewesen. Ouch. Jetzt kann ich mir einen Plan hier machen. Toll. Ist gut. Haha. Ich würd's trotzdem machen. Ich würd's trotzdem machen. Ich würd's. Das ist gemein für dich. Hä? Du bist ja nicht auf die Linie mit drei Hunderter. Das ist doch alles süß. Na Mädels, was steht hier? Haha. Tu's. Do it. Und hau' ab. Nice. Witz kritisch. Kriegst du Jan noch mit, wenn nicht? Nee. Boah, war aber knapp. Hat keinen Fick gegeben. Nee. Alter, wie viel Helft deine Worms haben. Wir müssen echt was machen. Was soll ich denn da unten tun, Leute? Luftangriff. Ach, tatsächlich, ich hab schon Luftangriff. Auf das, glaube ich. Oh, Moment. Die sind alle perfekt an der Stelle. Das ist ja bestimmt ein paar. Oder hol die Giskanne. Ja, genau. Geh nicht auf das OP-Team. Ich will euch nur helfen. Oh, der sieht gut aus. Boah, sie hat nach unten getroffen. Oh, ja. Respekt. Den 100 hat ich getroffen. Das geht aber auch besser. Danke für die Motivation. Ja. Mal wieder gerne. Oh, jetzt mach ich auch mal. Sorry. Was hat der Junge vor? Weiß ich. Er weiß es ja immer nicht. Wir müssen im Schnee buddeln. Spaßig. Ich würde nicht den Presslufthammer nehmen. Oh, krass, Alter. Du hast doch nicht alles verraten. Weiß. Weiß ich, was ich jetzt tun. Ich lebe immer nur. Schade. Ja, du musst doch dann auf ihn längst. Ja, ich dachte, ich komme ein bisschen tief und ich will ihn dann reinstupsen, aber... Ich muss erst mal rauskriegen, wie der ganze Scheiß funktioniert. Ich muss bei jeder Waffe davon ausgehen, dass ich die noch nie vorbeinutzt habe. Wenn du jetzt was überlegst, tue es nicht. Nicht. Außer das Helf-Gil, da ist es immer drin. Einfach mal fliehen. Aua. Komm runter, runter. Fall doch... Nein. Doch, er fällt noch, er fällt... Nein. Solltest du runterfallen. In die Bühne. Der will mich jetzt wirklich umbringen, ich glaub's ja nicht. Ja. Willkommen zu der Cheesehaus. So Cheese oder nicht zu Cheese. Wir kämpfen für die blaue Gefahr. Ich bin unbesiegbar. Wie alles nicht so der Hit. Auch einfach nur Besucher rollen. Hups, auch wieder. Rein mir. Ich wette, ich mache da jetzt zu viel Power rein. Süß. Ja. Was ist das, Alter? Boah. In your face. Perfekt. 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 Oh. We're supposed to be the superior race here. Ich schnapp. Ich schaff' ich das? Bestimmt. There is no fun. Ich schaff' ich schaff'. Ich schaff' ich schaff' ich schaff'n. denn komische überplanen die Karte die Garten Oja im Endeffekt auf den Kopf So, Giz, das war nicht nett von dir alles, ne? Du bist mir bewusst, ja. Das kann ich so nicht tolerieren. Ich will ja nicht drauf wetten, aber ich glaube da wird gleich jemand gefisst. Vielleicht? Oh oh. Äh. Soll es da hochgehen? Ich krieg den schon nicht. Was zum? Ich bin verwirrt. Heil dich. Du hast nur 10 Sekunden, man. Ah! Komm schon! Ah! Ja! Ja! Du bist so ein Monke, Mann. Du willst was sagen? Was ist denn? Das war ja... Oh, Mann. Malte Tasse. Werde, äh, besser hätte ich es nicht machen können. Oh, da unten wird es entspannend. Aber ich kriege ihn nicht ins Wasser rein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nicht? Auf jeden Fall nicht. Ach, dann sag ich dir nicht mehr. Gis weiß, was ich meine. Oh ja. Nicht? Welche Items habe ich denn noch zur Auswahl? Also, du könntest zum Beispiel auch einfach eine Besuche abfeuern, das geht auch. Ich bin selber. Im Zweifel immer. Nur so als Tipp. Ich glaube, ich fahre erstmal ab. Ich glaube, ich fahre erstmal ab. Ähm, ja. Doch nicht spannend da unten. Eheh. Eheh. Next round. Dann müsste man jetzt so einen Stahlträger reinbauen. Eheh. Und du hast das dann. Aber du musst dir spielen. Ich μ. Naja... Hattest du keine Lenker? Naja, schlechter als mein Zug kann's ja nicht sein. Das ist absolut richtig. Egal, ich hatte schon den besten Zug des Tages. Der Tag ist noch nicht zu Ende, aber... Oh, das ist... Das ist richtig assig. Leave away. Ich kann nicht widerstehen. Glaub ich dir. So, Chris, versuch nochmal zwei. Ganz ruhig. Boah, einen in den Seil. Hat jetzt Kugel erwartet. Egal. Egal. Ja... Wir sind gespannt. Was hat er vor? Oh mein Gott! Oh! Übertreib's mal nicht! Oh Gott sei Dank. Nur 4 HP, das ist unglaublich. Oh! Cool. Unverdient. Was? Ich hab das reich sogar. Oh, der ist nice! Der ist nice! Genau auf dem Kopf! Ich glaube das reicht sogar. Oho, das wird eng. So, jetzt muss ich auch mal schnell. Das Teil ist so geil. Was hast du denn vor? Was hast du denn vor? Hast du es bald mal? Genau das hatte ich vor. Oho, nice! Oh, das reicht nicht, oder? Ah, komm! So, acht Sekunden. Du magst ja feiern, ne? Nein, das gibt's doch nicht! Haha! Yo! Der einzige Punkt von dem Ding, der nicht brennt. Das ist unglaublich. Das ist verdient. Ich hab nur noch einen Warm, Leute. Ja, dann ist das so. Mach euch mal gegenseitig fertig. Das ist verrückt. Seh ich gar nicht ein. Nein! Seh mich. Lass doch den Arm da schon letzter. Mach, geh auf, gehst mit nur noch nicht. Auf mich? Du bist ja auf dem zweiten oder auf dem ersten. Ich bin tot. Das war so. Es tut mir leid. Ich kann ja nur beim Luftschlag rausballern. Und dich konnte man da oben am besten erwischen. Was hockst du auch auf dem Präsentierteller? Kannst doch irgendwo hinforten. Was soll ich denn machen? Nicht laufen. Alles außer das. Was? Oh, das wird das knapp da unten. Das war so gleich. Da hat sich das erledigt. Du siehst das so pessimistisch. Seil dich am Tennisschläger ab oder so. Gib ihm keine Tipps oder so. Ich muss alles dafür tun und nicht. Oh. Oh. That was nice. Hm. Das fand ich jetzt nicht fair, Giz. Das fand ich jetzt nicht fair, Giz. Hätte sich aber wegteleportieren können. Aber das hast du nicht gemacht. Oh oh. Was hat er vor? Ich will an mein Haus bunkern. Ich glaub gar nicht. Heute regnet's. Heute regnet's bisschen, ne? Was war das denn für'n Versuch? Ich dachte, die kommen ein bisschen unter den Tennischlägern rein. Und brennen sich dann zu Giz durch. Was hab ich denn noch schönes Objektar? Granaten. Hm. em. Hm. Auf Wiedersehen geht's. Tschüss. ein er hat jeder er ist nicht nur zuerst nein doch und wurde bis zu so wohl nicht hier von einer Wohnung in der Mitte den Krieg niemals Stimmt, dann kann man schon mal wegmachen Nee Das ist alles blöd hier Oh, ich hab nie die Jetzt kommt Wobei, das kann gar nichts treffen Nee, das kann nichts treffen Ähm Was hat er vor? Ach, wer nervt Ich wusste da Was? Nee, das wäre eine ganz blöde Idee Fällt mir gerade ein No Können wir uns besuchen Haben wir nicht noch irgendwas cooles Für das ich hier nicht rausgehen muss? Nein Ich glaube nicht Könntest Vielleicht eine Gnade rüberschmeißen Aber vielleicht bleibt es auch an dem Turm hängen Ja, der Turbis Ja, der Turbis Ah, ich bin mir sicher Äh Man, was? Was soll man denn da unten machen? Teleportieren Alter, es hat mich nur umgedreht Das reicht schon Echt? Ja Perfekt Du kannst zwar nach oben und nach unten Gucken, aber Aber, sobald du dich da links oder rechts bewegst, ist vorbei. Ahoy, da! Hey, hey, Captain! Oh, man. Ohoho, und es passiert, es... Ja, aber ich schluss. Hm? Kannst du da nichts reinfeuern? Oder werfen? Das ist korrekt. Hm, aber das weiß ich nicht. Ich wär für Armageddon, Leute. Aber wir haben Stachnetgenlust, das haben wir nicht. Ihr könnt's wachs mal in der Kiste finden. Ich bin immer für Armageddon. Und so, Jan ist jetzt tot? Nö. Doch. Wieso? Ja, würde ich schon sagen, nur. Woh. Woh. Tog's. To cheese or not to cheese. Guck mal, da oben ist ein Mily Kid. Warte! Was hat er vor? Oh Gott. Oh Gott. Nein, nichts Spannendes. Ich hab Angst. Guck mal, ob das so zu clever war. Oh. Er ist der Magnet weg. Nein, gar nicht. Warum tust du mir das an? Weil du so zu gefährlich wärst. Ja, du musst dich einbunkern irgendwie. Ja, das ist nicht so die geilste Position dafür. Doch. 10 Sekunden später, die Aktion, es war nicht eine Gefahr. Es war nur in Ordnung. Sonst besorgt ihr ein Dach. Ziemlich geile Idee. Oh shit, was mache ich jetzt? Ich glaube, jetzt weiß ich nicht, was er tut. Ja, die hast du nicht mit Giz, oder? Ich Bunkerbombe? Ja. Oder? Ich hab immer eine. Oh ja. Warum, Giz? Warum? Ja, soll ich verlieren oder was? Ja. Ja. Das wäre ein Blas. Es wäre kollegial von dir. Das wäre... Ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte ab Anfang zwei Würmer im Wasser. Und ich wurde von euch vergewaltigt. Hehehe. Man muss ich oft zurücknehmen.